Ich möchte heute etwas sagen zum Thema Gradient, also die Frage versuchen zu beantworten, was ist überhaupt ein solcher Gradient? Das ist ein Ausdruck, den man oft benutzt in der Mathematik, in der Naturwissenschaften, der Technik, Gradient. Nun, es ist eine Größe, welche man in Verbindung bringt mit einer anderen Größe, die sich im Raum verändern soll. Also, wir fangen vielleicht mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Ich habe hier ein Tablet und ich streue da ein bisschen Salz drauf. Wir sehen, das Salz ist jetzt hier nicht gleichmässig verteilt. Wir haben eine Konzentration, die hier ein bisschen grösser ist, hier wieder ein bisschen kleiner ist, da auch ein bisschen kleiner. Also, wir haben hier eine Änderung der Konzentration dieses Salzes. Also, die Anzahl der Salzkörnchen pro Quadratmillimeter oder Quadratzentimeter ändert sich im Raum. Und um ein Gradient zu beschreiben, braucht man immer so eine Größe, die sich... Hier haben wir jetzt die Konzentration genommen. Das kann ein anderes Beispiel sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Parfümflasche, eine Flasche mit einem Duftstoff drin. Der Duftstoff verbreitet sich im Raum und dann haben Sie auch eine Veränderung der Konzentration dieser Duftstoffe im Raum. Dort dann sogar dreidimensional, nicht nur wie hier in der Ebene. Oder Sie können sich vorstellen, Sie haben ein Zimmer. Im Zimmer ist an einer Stelle ein Ofen oder ein Feuer. Und dann wird sich da die Temperatur im Zimmer auch im Raum verteilen. Und die Verteilung der Temperatur kann genauso wie hier diese Konzentrationsverteilung so dargestellt werden als, nun ja, Werte, die sich im Raum verändern. Von so einer Größe, die sich im Raum verändert, wollen wir rausgehen. Und jetzt können wir sehen, dass es ja da Stellen gibt, wo die Konzentration kleiner ist und hier ist sie größer. Der Gradient ist jetzt jeweils ein Vektor, der anzeigt, in welche Richtung wird diese Konzentration oder dieser Wert größer. Weil wenn wir hier starten, wenn wir an diesem Punkt hier schauen, in der Umgebung, wo wird die Konzentration größer, dann wird sie größer in der Richtung. Da ist sie größer, da ist es heller. Das heißt, wir können sagen, dass da eigentlich ein Vektor, der in diese Richtung zeigt, sinnvoll ist, weil das die Richtung, in der die Konzentration größer wird. Und wenn wir hier schauen, auch da wird die Konzentration in diese Richtung größer. Wenn wir aber hier zwar bis sind, da wird die Konzentration in diese Richtung größer. Wenn wir hier sind, da wird die Konzentration in diese Richtung größer. Das heißt, diese Pfeile, die ich jetzt gezeichnet habe, das sind eben die Gradienten, die geben an jedem Ort des Raumes an, in welche Richtung die Konzentration größer wird. Da wird sie in diese Richtung größer, da wird sie in diese Richtung größer, da wird sie in diese Richtung größer. Sie sehen ein Virus-Setup von solchen Pfeilen im Raum. Wenn wir ein etwas ruhigeres Beispiel haben, wo zum Beispiel eben ein Feuer in einer Richtung hier ist, dann kann man sagen, dass da die Konstellation beim Feuer größer ist, und nebendran kleiner, dann gehen diese Pfeile alle einigermassen da Richtung Feuer. Oder man kann sich auch eine Lärmquelle vorstellen, da ist es laut, da ist es leise, auch da ist dann die Konzentration in diese Richtung, wo es lauter wird größer. Also kurz gesagt, mal in Worten ausgedrückt, ein Gradient ist ein Vektor, der in die Richtung zeigt, in der eine andere Größe stark anwächst, am stärksten anwächst. Wie gesagt, normalerweise wäre das im Raum, also dreidimensional, um es auch grafisch besser zu zeigen, nehme ich jetzt auch für das Folgende zunächst mal an, das ist alles in der Ebene und wir vergessen mal die dritte Dimension, die eigentlich auch noch da wäre. Es ist klar, wenn es da zum Beispiel die Konstellation nach oben auch noch größer würde, also wenn das Salz jetzt hier im Raum verteilt wäre und hier haben wir noch mehr Salz, dann würde von dem Ort hier ein Pfeil da in den Raum hinauf zeigen, nicht nur in der Ebene. Wir können also dann von Temperaturgradienten sprechen, das ist dann dieses Pfeilfeld, das die Temperatur beschreibt in einem Raum, das Pfeilfeld zeigt immer in Richtung zur Wärmequelle. Wir können von einem Konstrationsgradienten sprechen, das ist dann dieses Pfeilfeld, das diese Konstration, zum Beispiel jetzt hier von diesen Salzkörnern beschreibt. Und in der Technik ist es dann eben so, dass oft diese Konstration sich im Laufe der Zeit ändert. Das ist ja bei der Parfümflasche offensichtlich, da wird der Duft sich im Raum ausbreiten. Und sehr oft ist es so, dass sich die Größen dann versuchen auszugleichen. Das heißt, die Teilchen gehen dann weg von der höheren Konstration. Also wenn es hier ein Teilchen genommen wird, wird es eigentlich quasi gerade entgegengesetzt zum Gradienten sich bewegen. Der Gradient zeigt hier in Richtung größere Konstration, das Teilchen wird dann quasi gerade weg davon. Und viele Gesetze, die die Bewegung von solchen Teilchen beschreiben, zum Beispiel das Diffusionsgesetz oder auch das Gesetz der Wärmeleitung oder das Gesetz der Schallausbreitung, das sind Gesetze, die eigentlich immer das sagen, nämlich die Teilchen gehen weg von den Orten höherer Konstration oder anders gesagt, die Teilchen bewegen sich entgegengesetzt zum Gradienten. Grund genommen ist auch das Ohmsche Gesetz, ein solches Gesetz, das Ohmsche Gesetz, welches auch sagt, dass Ladungen sich wegbewegen von der höheren, in dem Fall vom höheren Potenzial. Gut, so viel mal zu Einleitung. Das wollen wir mal annehmen, wir haben hier konkret diese Konstrationen gemessen. Wir wissen, zum Beispiel hier hätten wir vielleicht 20 Teilchen, hier haben wir vielleicht 22 Teilchen, hier 21 Teilchen. Ich mache jetzt mal ein Zahlenbeispiel und schauen, wie man so ein Vektor dann ausrechnet. Also, wir nehmen uns da für den Moment mal so ein Gitternetz vor. Mal annehmen, wir haben jetzt diese Konstrationen gemessen an ein paar Orten. Vielleicht hier haben wir, sagen wir mal, an der Stelle haben wir vielleicht 18 Teilchen. Das ist immer so ein Feld, wo dann die Teilchen drin gezählt werden. Da haben wir vielleicht 18 Teilchen, da haben wir vielleicht 20 Teilchen in der Umgebung dieses Punktes. Da haben wir vielleicht auch 20 Teilchen und da haben wir vielleicht dann irgendwas anderes, 21 Teilchen oder so. Aber gerade ein konkretes Beispiel. Dann hier vielleicht 22, hier vielleicht auch 21, hier 22, hier 23, hier 25 und so weiter. Das ist immer gemeint, dass wir da in der Umgebung dieses Punktes so viele Teilchen haben. Das ist immer so gemeint. Gut, und jetzt wollen wir schauen, wo nehmen die Teilchen Mengen zu. Wir starten vielleicht mal hier an diesem Punkt hier, da haben wir 18 Teilchen. Wenn wir schauen, dann haben wir da, wenn wir dann nach rechts laufen, 20 Teilchen und da nach oben haben wir auch 20 Teilchen. Und beim Gradienten, wenn man das jetzt ausrechnet, sonst werden wir das auch noch sorgfältiger machen, schaut man einfach immer von einem Punkt ausgehend aus, was passiert in x-Richtung, was passiert in y-Richtung. Und wenn wir die dritte Dimension haben, was passiert in z-Richtung. In dem Beispiel haben wir in x-Richtung eine Veränderung von 2. Also wir haben die Konstellation steigt hier um 2. Hier steigt sie auch um 2 pro Strecke. Das heißt, wir können sagen, dass wir jetzt in der Richtung, ich muss jetzt da eine Einheit noch definieren, das wäre vielleicht 1 jeweils. Das sind ja Zahlen, die die Konstellation bedeuten. Da kann ich sagen, ich habe hier 1, 1, 2 in x-Richtung und 1, 2 in y-Richtung. Das heißt, an der Stelle hier habe ich einen Vektor, der 2 und 2 sich ändert. Das heißt, in der Richtung nimmt die Konstellation offenbar zu von diesem Teilchen aus, wenn wir nur die x- und die y-Richtung jetzt beachten. Aber das gleiche mal hier. Da haben wir 20, da geht es 21 und da geht es 22. Das heißt, wir können sagen, wir haben in x-Richtung 2 und in y-Richtung 1. Das heißt, der Vektor ist jetzt hier ein bisschen anders. Dieser Vektor zeigt, wenn man von da aus geht, jetzt in die Richtung. Wenn wir da mal schauen, da haben wir 2 in der Richtung, 1 in die Richtung, äh, 0 in die Richtung. Das heißt, in der Richtung haben wir jetzt eine Konstellationsgradienten, der so zeigt. Da haben wir 1, da haben wir 2. Das heißt, in der Richtung haben wir jetzt so was. Dann haben wir das vielleicht noch, da brauchen wir jetzt auch noch Zahlen. Jetzt haben wir mal 23, mal da 24 und da sagen wir auch 22. Dann haben wir hier 22, 22, das bleibt hier in der Richtung 0. Da geht es um 1 nach oben, 22 auf 23. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Vektor. Hier 1, 2. Der Vektor zeigt dann so. Und so weiter. Sie sehen, diese Pfeile hier, die ich vorher versucht habe in Salz hinein zu zeigen, die zeigen einfach immer an, in welche Richtung wird dieser Wert grösser. Und wie vorher gesagt, falls jetzt diese Teilchen hier, und wenn das jetzt Teilchen sind, die sich bewegen können, dann würden normalerweise die Teilchen dann in der Gegenrichtung sich bewegen. Also wenn wir das Gleiche jetzt, wenn sie überhaupt beweglich sind, wenn wir das Gleiche jetzt eine Sekunde später aufnehmen, würden sich vermutlich diese Teilchen hier in die Richtung zum Teil bewegen, die in die Richtung, die in die Richtung, sodass dann im nächsten Schritt die Werte sich dann verändert haben. Man kann sich auch vorstellen, dass das wären Leute, die da herumlaufen können. Ich marsch' zurück zu unserem Salzbeispiel. Wenn das jetzt eine Ansammlung von Leuten wäre, das ist ja auch eine Konstellation dann, dann ist es ja so, dass die Leute im Allgemeinen gerne um sich herum einen gewissen Individualraum haben, wo sie nicht in Berührung mit anderen Leuten kommen. Das heißt, auch solche Leute werden dann sich eher wegbewegen von diesen Orten höherer Konzentration. Das heißt, sein erster Impuls wäre ja auch der, entgegengesetzt zum Gradienten, zum Konstellationsgradienten dieser Menschenansammlung zu laufen. Und irgendwann gibt es dann eine Gleichverteilung, einigermaßen. Jetzt glaube ich, bei Leuten ist es so, dass die Leute ja dann soziale Wesen sind. Also ganz total weg voneinander möchten sie dann meistens trotzdem nicht. Also wenn man jetzt die Soziologie da mit ins Spiel bringt, würde man vermutlich sagen, dass sich dann kleine Gruppen bilden. Kleine Grüppchen, wo dann die Leute zwar jeder für sich die Individualdistanz gewahrt hat, aber sie sind doch nicht ganz allein, nicht ganz individuell da, sondern sie sind in kleinen Gruppen und dann gibt es eben dann Sachen wie Völker und Grenzen und so weiter. Jetzt, ich habe das versucht jetzt vorher so in Schritten zu zeigen, wenn man die Dichte hier diskret aufnimmt, also eben sagt, wir haben da ein Feld mit 20 Teilchen, dann haben wir ein Feld mit 18 Teilchen, dann haben wir ein Feld mit 19 Teilchen, dann haben wir einfach gesagt, was passiert jetzt hier? Dann haben wir gesagt, es ist ja 18 und so weiter, dann kann man hier den Pfeil konstruieren, der dann angibt, in welche Richtung da die Dichte zunimmt. In dem Fall wäre es wahrscheinlich eher so. Und wenn man das jetzt etwas schöner macht mathematisch, dann muss man diese Überlegung, die ich da gemacht habe, in die Gesetze der Mathematik hineinbringen und da kann man unter anderem auch versuchen, mal diese Zahlen, die grünen Zahlen hier in eine Funktion abzubilden, dass man aus diesen grünen Zahlen Funktionen macht oder umgekehrt, dass grüne Zahlen dann entstehen aus einer Funktion. Also was wir hier jetzt gemacht haben mit diesen grünen Zahlen, das sind quasi Messungen. Und diese Messungen, aus denen kann man dann schauen, wie das Gradientenfeld aussieht. Wenn wir aber nicht einfach Zahlen gemessen haben, sondern wenn die Zahlen zu einem Funktionsfeld gehören, dann wollen wir schauen, wie wir dann viel, viel eleganter diesen Gradienten berechnen können. Was wir hier gemacht haben, war relativ grob, es war eine diskrete Berechnung des Gradienten. Man kann dann natürlich auch sofort fragen, ja warum nimmt man jetzt nur die zwei benachbarten Teilchen hier, warum nimmt man nicht auch das Teilchen hier hinten oder die Konstellation hier hinten, warum geht er da nicht nach unten? Ich habe das jetzt wirklich nur gemacht, um zu erklären, was im Grunde genommen die Funktion dieser Gradientenbildung ist. Wenn man das jetzt mathematisch schöner macht, da kann man zum Beispiel sagen, unsere Verteilung, die wir jetzt hatten, die grüne Verteilung, die entsteht ja durch eine Variation im Raum und unsere Verteilung, sagen wir mal die Konstellationsverteilung K, ist ein Wert, der abhängig ist von den Koordinaten x, y und z. Man kann das K nennen oder 4, das ist unterschiedlich. Und je nachdem, wie sich das eben verändert, kann man sagen, und das kann zum Beispiel so aussehen, x² mal y. Das würde es bedeuten, dass wenn der x-Wert steigt, dann steigt auch die Konstellation quadratisch mit dem x. Wenn wir jetzt gleichzeitig in y-Richtung gehen, dann nimmt auch da die Konstellation dann zu in y-Richtung, das heißt wir haben eine Parable in x-Richtung und einen Anstieg in y-Richtung. Wenn wir da zu minus y gehen würden, nimmt es dann sogar ab, wird es negativ. Es kann noch komplizierter von x und y abhängig sein, zum Beispiel, machen wir da mal plus 3xy, nochmals eine Variante, dann nehmen wir die z-Achse noch hinzu, minus z hoch 5, plus 8. So kann das aussehen. In jedem Ort x, y und z, wenn wir das einsetzen, bekommen wir eine Zahl. Schauen wir mal rasch aus Kontrolle. Wie sieht die Zahl aus am Ort 1, 1, 1? Nun, da haben wir 1² mal 1, das gibt hier 1, plus 3 mal 1 mal 1, also plus 3, minus 1 auf 5, also minus 1, plus 8. die Zahl ist da 1 plus 3, das ist 4, 3, plus 8, das gibt 11. Also diese Zahl 11 habe ich jetzt berechnet am Ort, 1, 1, 1, vielleicht da irgendwo, ist dann die Zahl, die wir hier jetzt mit 21 einfach erfunden haben, wäre dann da 11. und wenn wir jetzt k von 1, 1, 2 nehmen würden, wäre das jetzt hier immer noch 1, das ändert sich ja nicht, das x und das y, dann haben wir hier minus z hoch 5, ups, mal schauen, 2 hoch 5, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 8, 16, 32, also minus 32 plus 8, jetzt haben wir also minus 32 plus 8, das gibt minus 24, und da noch 4 dazu, das gibt minus 20. Also der nächste Wert, der wird aber 1, 1, 2 haben, wäre dann auch minus 20. Also so sieht man, dass man aus so einer Funktion wirklich auch Zahlen bekommt, die man dann in so Gitter, an so Gitterstellen aufstellen kann, aber natürlich kann ich hier auch Zwischenwerte nehmen, zum Beispiel k von 1, 1,51 und so weiter. Nicht gebunden an ganze Zahlen da für die Argumente. Okay, jetzt wie bilden wir die Gradienten? Ich habe vorher gesagt, ich muss da in x-Richtung schauen, was sich ändert und was sich in y-Richtung ändert. Diese Änderung, die Konstellationsänderung k, und zwar die Änderung in x-Richtung, das heißt, das Delta k in x-Richtung, durch den Schritt, den ich da mache, in x-Richtung, das ist das, was ich eigentlich brauche. Also die Änderung des Wertes hier, dividiert durch die Distanz hier, die wir jetzt gar nicht groß beachtet haben, wir haben das einfach als 1 angenommen vorher. In Wirklichkeit muss man bei Gradienten das auch noch beachten, dass wir da eben die Schrittdistanz, die Schrittweite, das kann kleiner oder grösser sein, dann ändert sich eben diese Stärke des Pfeiles, die Größe des Pfeiles. Wenn wir also diese Veränderung anschauen wollen, dann führt das in der Mathematik eigentlich zu einer, wie man sagt, partiellen Ableitung. Änderung dieser Größe x, äh, dieser Größe k, in Richtung x. Das schreibt man in der Mathematik mit einem geschwungenen dk nach dx. Und das gibt mir dann die x-Komponente. Und das gleiche kann ich in y-Richtung machen, also Delta k, äh, wenn man jetzt in y-Richtung läuft, durch die Schrittweite in y-Richtung, das führt dann auch in der Mathematik zu dk nach dy. Und das gleiche könnte man auch in z-Richtung noch machen, haben wir es hier nicht gebraucht, aber auch da die Änderung von dieser Konstellation in z-Richtung durch den Schritt, die schrittweite in z-Richtung führt in der Mathematik ebenfalls zu der z-Ableitung, der partiellen Ableitung nach z. Und dann haben wir quasi drei solche Anteile dieses Vektors, den wir suchen, also in x-Richtung, das ist dieser Anteil, in y-Richtung, das ist dieser Anteil, und in z-Richtung, das haben wir jetzt vernachlässigt, aber das würde auch so einen Anteil geben, und die drei Veränderungen in den drei Richtungen sind die Komponenten dieses Gradientenvektors, den wir suchen. Jetzt muss ich verweisen auf die Regeln der Mathematik, wie man solche partiellen Ableitungen macht, ich habe das jetzt hier nicht vor, das auch noch herzuleiten, partielle Ableitungen, es ist nicht sehr schwierig, bildet man so, dass man die Funktion, die man partiell ableiten will, zum Beispiel nach x, dann nimmt man einfach an, dass alles außer dem x konstant ist. Also das x soll eine Variable sein, das y soll als Konstante, wie wenn das A oder B oder 5 heißen würde, genommen werden, das z auch. Das heißt, das dk nach dz, fangen wir mal mit dem x, dk nach dx, also dann schaue ich mir dieses k an, schaue mir an, wo kommt überhaupt x vor, das ist hier und hier. Alles andere, was hier vorkommt, soll konstant sein, das heißt, in dem Fall erhalten wir, das ist eine Konstante, das lassen wir bei der Ableitung, und x² geht abgeleitet mit 2x. Das heißt, wir haben dann 2x mal y, das y soll die Konstante sein, dann hier dasselbe, das y soll konstant sein, das x soll die Variable sein, das heißt, wir haben da 3 mal y, das x wird hier abgeleitet 1, das hier ist eine Konstante, das wird abgeleitet 0, das ist auch eine Konstante, wird abgeleitet 0, das heißt, da kommt nur noch 0 hinzu, das können wir weglassen. Das gleiche in y-Richtung, wir haben hier gesagt, das x soll jetzt in dem Fall konstant sein, das y ist die Variable, das heißt, wir haben dann hier y abgeleitet, das gibt 1, mal x², das heißt, wir haben x², hier auch, das y soll abgeleitet werden, das x und das 3 ist konstant, das heißt, wir haben hier plus 3x, das ist konstant, das ist konstant, das heißt, das bleibt so. Und jetzt haben wir auch noch die z-Richtung, nach der wir partiell ableiten dürfen, das sind beides konstanten, wenn wir nach z ableiten, das heißt, das wird 0, das wird auch 0, das ist konstant, das ist konstant, abgeleitet 0, hier wird es jetzt interessant, da haben wir das z, wenn wir das ableiten, nach z wird es dann auch 5 mal z hoch 4, mit dem Vorzeichen, also minus 5 z hoch 4. Und das sind jetzt die drei Komponenten des Gradientenvektors, ganz allgemein geschrieben. Also, wenn wir das jetzt als Vektor schreiben, haben wir drei Komponenten, 2xy plus 3y, dann x² plus 3x, dann minus 5 z hoch 4, das ist das Gradient, und den schreibt man dann in der Mathematik oft auch so, das ist so ein Dreieck, das da auf der Spitze steht, von k. Und das ist eigentlich ein Vektor, man kann auch ein Vektorzeichen dazu machen. Dieses Zeichen ist so, ist ein Ablauoperator, dieses Zeichen ist ein Rezept, das besagt, ich muss diese drei partiellen Ableitungen bilden. Sie sehen, das ist ein Vektor, das hat drei Komponenten, wir können jetzt ohne weiteres wieder Zahlen einsetzen und schauen, wie groß dieser Vektor wird. Wir hatten vorher den Wert angeschaut, der Konstellation bei 1, 1, 1. Jetzt nehmen wir mal am gleichen Ort noch den Vektor, also die Größe, die wir vorher mit dem blauen Pfeil bezeichnet haben, also dieser Gradient Gradient K, man schreibt das entweder so, Gradient K von 1, 1, 1, so an der Stelle 1, 1, 1. Man kann es auch schreiben als Gradient K an dieser Stelle. Dann müssen wir jetzt einfach die Zahlen einsetzen. 1 und 1 hier, das gibt 2 plus 3, das gibt 5. Hier haben wir 1 plus 3, das gibt 4. Hier haben wir minus 5, 1 einsetzen. So sieht dieser Vektor aus, an dieser Stelle 1, 1, 1, falls wir diese Funktion zugrunde nehmen, diese Skalargröße, diese Skalargröße, die sich so von x, y und z, mit x, y und z ausdrücken lässt. Und so können wir weitermachen, ich könnte 1, 1, 2 schauen, wie groß das wird. Die Einheit des Gradienten, es geht ja um Physik meistens, wir müssen uns zuerst überlegen, was hat dann das für eine Einheit. Das kann jetzt z.B. eine Temperatur sein, es kann eben eine Konstellation sein in irgendwie Masse pro Kubikmeter oder so. Auf allen Fällen wird die Einheit des Gradienten nachher im Nennerrunden noch einen Meter dazu bekommen. Also hier haben wir z.B. nachher eine Temperaturgradient, das ist dann ein Delta T in Kelvin pro Meter. Oder eine Konstellation, Kilogramm pro Kubikmeter pro Meter. Der Gradient hat das eine Einheit immer, die noch pro Meter dazu bekommt. Und natürlich hat der Gradient dann drei Komponenten. Das ist ein Vektor. Ausgegangen von einem Skalar- zu Skalar-Feld gibt es ein Vektor-Feld. Vielleicht hilft noch folgende kleine Ergänzung. Wir haben gesagt, dass wir rausgehen von so grünen Zahlen, die z.B. die Konstellation sein können, wie wir sie da mit unserem Salzbeispiel uns angesehen haben. Wir könnten uns auch vorstellen, dass diese Konstellation oder dieser Wert mit dem Salz da eigentlich z.B. eine Höhenverteilung bedeutet. Ein Gebirge. Da wo viel Salz ist, ist es hoch. Das ist die Schneegrenze. Also da wo viel ist, ist es hoch und da wo wenig ist, ist es tief. Und der Gradient ist dann immer ein Vektor, der an jeder Stelle hinauf zeigt. Dort wo die Konstellation groß wird beim Salz, ist auch die Höhe groß. Das heisst, es sind solche Vektoren, die da hinauf zeigen. Also wenn Sie da jetzt herumlaufen würden auf diesem Berg und immer schauen, wo geht es hinauf, dann ist das immer die Richtung des Gradienten. Man könnte es auch umgekehrt sagen, wenn Sie an einem Ort sind und eine Kugel rollen lassen oder schauen, wo das Wasser hinrinnt, dann geht es ja immer hinunter. Das heisst, diese Wasserrinlinien sind dann immer die Linien, die entgegengesetzt zum Gradienten laufen. Es geht hinunter. Und diese Vorstellung kann man benutzen, auch wenn man jetzt wirklich Karten, echte Karten anschaut. Das ist ein Gebirge oder ein Teil eines Gebirges in der Nähe von Kapün, das ist Maria, glaube ich. Wenn wir da jetzt schauen, normale Karten sehen ja so aus, dass wir da so Höhenlinien haben, also Linien konstanter Höhe. Das sind auch Linien konstanter Energie. Wenn man es von der Physik heranschaut, die potenzielle Energie ist hier immer gleich gross. Wenn Sie jetzt hier irgendwo stehen würden und da einen Stein rollen lassen würden, dann rollt er ja da hinunter, senkrecht zu diesen Höhenlinien. Das heisst, diese Wasserrinlinien, die könnte man auch jetzt als Gradienten oder sagen wir mal als Richtung der Gradienten auffassen. Der Gradient geht ja eigentlich immer hinauf, aber die Wasserrinlinien zeigen hinunter. Und diese Darstellung, und diese Vorstellung der Wasserrinlinien, die hat man auch früher, Sie sehen, etwa 100 Jahre früher, in den Karten benutzt. Die gleiche Region mit den sogenannten Schraffen dargestellt. Schraffen, das sind so diese Linien, die man damals hineingezeichnet hat. Die zeigen einfach immer hinunter, wie die Vektoren, wie die Gradienten, die wir vorgezeigt haben, die allerdings hinaufzeigen. Sodass man also die Darstellung oder die Darstellung verwenden kann. Im Grunde genommen bedeuten sie das Gleiche. Der einzige Nachteil ist, bei der Darstellung braucht man eben Vektoren. Das heisst, man müsste eigentlich noch die Länge der Vektoren ins Spiel bringen, wenn wir hier die Vektoren an jedem Ort quasi konstruieren können. Weil wir ja wissen, da wo die Höhenlinien eng beieinander sind, da geht es auch steil runter, da wäre dann der Vektor effektiv grösser, sowohl hinauf als auch hinunter. Also die Darstellung mit den Höhenlinien, mit den Equipotentiallinien, wenn man es schöner sagen will, kann man benutzen, um auch dann diese Gradientendarstellung mit den Schraffen daraus herzuleiten. Also die enthält das hier auch. Die, wenn man die Darstellung nimmt und daraus das möchte, ist es ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, die Länge der Vektoren hier nicht sichtbar ist. Das wird hier nur so durch die Dichte der Vektoren dargestellt, aber die Darstellung ist praktischer. Und wenn man also in der Elektrostatik zum Beispiel ähnliche Überlegungen machen möchte, dann nimmt man dort auch lieber die Potentialdarstellung und nicht die Höhendarstellung mit den Vektoren. Also vielleicht in einem späteren Kapitel werde ich das dann mal zeigen. Wenn wir so etwas haben wie hier, das kann man sich das Gebirge vorstellen, da geht es an zwei Stellen rauf, an zwei Stellen runter, dann sieht man hier so ein bisschen die Geografie, nicht wahr? Aber man könnte hier ohne weiteres auch die Höhenlinien dazu zeichnen. Das wäre hier. Da, was nach oben geht, ist es hell, da nach unten ist es dunkel. Das sind die Höhenlinien. Und man kann aus diesen Höhenlinien dann sehr schnell auch die Kadienten sich ermitteln, die Kadienten, die da jeweils hinauf zeigen. Oder hier hinunter zeigen ins Loch. Entschuldigung, das muss ich immer hinauf zeigen. Die Gradienten, die da aus dem Loch auch hinauf zeigen. So, in diese Richtung. Und so weit. Da geht es wieder hinauf. Genau wie hier. Das sind die entsprechenden Pfeile. Da geht es hinauf. Da geht es auch hinauf. Was wir hier haben, diese Sache ist etwas, was wir wie gesagt in der Elektrostatik vielleicht noch anschauen. Das ist nämlich ein sogenannter Quadrupol. Quadru, das sind vier Pol. Plus, plus, minus, minus. Das wäre die Potenzialverteilung in der Umgebung eines solchen Quadrupols. Also, das kann man, was wir jetzt da gelernt haben, kann man weiterziehen und zum Beispiel in der Elektrostatik oder auch in der Strömungslehre oder in der Thermodynamik oder in der Theorie der Schalausbreitung sogar in der Theorie der Verkehrsströme und anderen Dingen wunderbar benutzen. Also, das ist das, was wir jetzt hier sehen.